Hallo zusammen, es ist fast neun Monate her, da kam auf diesem Kanal das letzte Video. Der ein oder andere Marc vielleicht gedacht haben, so ein Glück, jetzt ist das auch endlich mal vorbei. Aber nein, ich bin zurückgekommen. Hier bin ich. Naja, gut, okay. Ich könnte jetzt natürlich zu langen Erklärungen ansetzen, warum ich fast neun Monate lang nichts gemacht habe. Ich meine, das ist ja die Zeit einer Schwangerschaft. Da könnte ja das ein oder andere passiert sein. Keine Sorge, ich war nicht schwanger und auch niemand in meinem Umfeld. Ähm, nein. Also ich könnte jetzt natürlich melancholisch werden. Moment. Schwarz-Weiß. Traurige Musik. Es war einfach zu viel. Ich musste nur auszeichnen. Es ging nicht mehr. Es war wie eine Leere. Keine neuen Ideen. Nichts. Das alte war auch Mist. Das mag auch stimmen. Aber nein, keine neuen Ideen. Nein, das war es nicht. Ich könnte natürlich auch sagen, ich habe einfach mein YouTube-Money schön verprasst und Chicks und Party, dies, das, jenes und dortiges. Nein, das war es auch nicht. So viel YouTube-Money wirft das hier natürlich auch noch ab. Nämlich gar nichts. Ähm, ja. Ich hatte einfach viel um die Ohren. Ganz langweilig. So ist es. Ich hatte keine Zeit zu schneiden. Ich habe tatsächlich sogar auch schon innerhalb dieser acht Monate Videomaterial angesammelt und produziert. Aber ich hatte einfach nicht die Zeit zu schneiden. Und ich hoffe, dass es sich jetzt ändern wird. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein schönes Gefühl, wieder vor der Kamera zu sitzen und euch was zu erzählen. Egal, ob ihr euch das anhört oder nicht. Aber Hauptsache, ich kann was erzählen. Und damit geht es jetzt demnächst auch endlich wieder auf diesem Kanal. Hoffentlich mit weiterem Videomaterial. Los! Super! Das sind doch Neuigkeiten, die möchtet ihr hören. Das hoffe ich doch. Dementsprechend wollte ich kurz dieses kleine Video vorab mal reinsenden, damit ihr wisst, jetzt demnächst ist die Baustelle bei Kamiya TV auch endlich beendet und es gibt neues Material. Ja, soweit von mir. Das war es eigentlich auch, wie gesagt, meine fast neunmonatige Schaffenspause. Die Rückkehr und Besinnung zu den Wurzeln des Kamiya TV, die sind jetzt vorbei. Bald geht es endlich auf diesem Kanal weiter. Und ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's besser und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.